ARD Text im Auftrag von Funk Wir gehen jetzt ein Eis essen? Nein, auch nicht. Wir werden dann in alpine Gegenden kommen. Ich habe meinen Spiegel hier beim Blinker wechseln zu hoch gemacht. Ich krieg den nicht hoch genug. Ich muss mich immer bücken. Wenn ich die Daniela hinter mir mal sehen will, muss ich mich immer bücken. Ich spiele, wenn ich die neue Bühne benutze. Wenn ich die Bühne benutze, dann kann ich den Ihr conceive. Ich kann mich nicht mehr so aufdrehen. Ich bin auch nicht mehr so auf die Nähe von die Bühne benutzen. Ich habe ihn auch nicht mehr so aufs Sontag, wenn ich die Bühne benutze. Ich kann mich immer auf, und ich überleke mich, die Bühne benutze, das ist mir sehr, sehr, sehr hoch. Ja, der Fahrner noch mal schnell löst. Oh, schön! Ja klar, sie gehen empfangen. Und hier im Walde? Hier sind wir im Märchenwald, da gibt es keinen Empfang. Ja, wir müssen jetzt mal departed. Das ist ja, wir haben uns gespannt. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir müssen uns mal Bachelor-Nate. Vielen Dank! Da sind wir heute noch hin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da sind wir hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Anfälte sind ja vormacht, es kann hier überall Triumphs noch stehen. Honga, 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 nicht los. Die Anfälte sind ja vormt. Die Anfälte sind ja vormt. Die Anfälte sind ja vormt. Die Anfälte sind ja vormt.